Speed 4 ist ein computergesteuerter Laufparcours, bei dem die Kinder auf ein grünes Lichtsignal hin, entweder links oder rechts, so schnell wie möglich den Parcours durchlaufen. Wir messen dabei vier verschiedene Zeiten, d.h. die Reaktionszeit, die Antrittszeit, die Wende und den Stallung zurück. Nach jedem Lauf kriegen die Kinder ja sofort ihre Ergebnisse ausgedruckt anhand von einem Bon. Das sind dann die vier Teilzeiten plus die Gesamtzeit drauf. Und ganz unten haben wir dann die Logos unserer Kooperationspartner mit drauf abgedruckt, die dann ein Zammelspiel enthalten. Die Kinder können diese Logopons sammeln und mit mehreren Gleichen können sie dann zu unseren Kooperationspartnern gehen und sich kleine Überraschungen abholen. Wir haben heute teilgenommen bei dem Speed 4 Event und es hat ihnen, wie man sieht, Spaß gemacht. Wir machen österreichweit Bezirksschulmeisterschaften und der Start, die hier in Imst erfolgt. Und wir bauen das jetzt in die Bundesländer sukzessive auf und suchen noch Lizenzpartner für die einzelnen Bundesländer. Ich bin im Finale und ich freue mich schon ganz toll darauf. Es hat mir heute sehr gut gefallen und ich hoffe, dass ich das nächstes Mal wieder Liz schaue. Ganz gut. Ich habe zwei Logos gesammelt von Jump'n't More. Ich bin unter 80 Sekunden gelaufen und freue mich jetzt voller riesig, dass ich auch zum Finale darf. Ich bin unter 80 Sekunden gelaufen.